Max, mein Lieber, herzlich willkommen zum Erfolgsinterview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Soweit, ganz gut. Das ist schön zu hören. So, du hast ja auch einiges zu berichten, weil die letzten paar Wochen ordentlich was abgegangen ist. Bevor wir aber dazu kommen, erzähl mal ganz kurz. Du hast ja die Ausbildung bei mir gestartet. Was war für dich so der Hauptpunkt, zu sagen, ich will mal ins Hochpreis-Closing reingehen? Ja, richtig. Ich habe die Ausbildung gestartet, vor allem dann auch nach dem Gespräch von uns, wo mir auch einfach klar wurde, dass das, was ich aktuell mache, mich nicht zu meinen Zielen bringt und dass einfach mal was passieren muss. Geil. Und da habe ich dann gesagt, jetzt go for it. Darf ich fragen, Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, darf ich fragen, was du gearbeitet hast, bevor wir losgelegt haben, zusammenzuarbeiten? Ja, ich war im Projektmanagement selbstständig und habe dafür für verschiedene Firmen Projekte gemacht. Also die Bandweg, alles. Also tatsächlich auch einen Puff hochgezogen bis hin zur Bearbeitung von Felgen im Laserverfahren und ein Projekt tatsächlich sogar für Porsche gehabt. Ein Kühlsystem von dem Taika. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Ja, über deine Vorliebe zu Autos habe ich gestern schon was mitbekommen mit deinem RS6, ne? Ja, absolut richtig. Ja, ich bin da gerne mal was schneller unterwegs und mit mehr Power unter der Haube. Ja, geil. Sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zurück zum Hochpreis-Closing. Du hast ja dann die Ausbildung durchgezogen. Was waren so, oder was würdest du sagen, hat dir bisher am meisten geholfen, da in der Ausbildung ganz konkret? Das Mindset. Ehrlich gesagt, wirklich das Mindset. Seit dem Ganzen hat sich so viel im Kopf verändert auch, wie ich auch gewissen Dingen gegenüberstehe und wie ich die Hand habe. Das hat so einen Impact gehabt. Sehr spannend. Das war ich tatsächlich echt öfter, als mir lieb ist. Aber es ist positiv. Also ich freue mich drüber. Natürlich auch, selbstverständlich. Klar, dass wir die Themen durchgegangen sind. Wie funktioniert das Ganze? Wie handhabe ich das? Selbstständigkeit, keine Selbstständigkeit, etc. Natürlich ist das, das hat einem auch sehr geholfen. Ja. Genauso wie das Skript da. Wie gehe ich in das Skript ran? Wie übe ich das? Ja, ich finde es halt, weißt du, was ich halt spannend finde? Ich denke mir immer so, boah, ich mache voll die krassen Sales-Themen, ne? Und alle sagen immer, oh, der Mindset war das Geilste. Und ich denke mir, das gibt es doch nicht. Das ist aber auch so. Das Mindset kriegt am meisten. Geil. Also, wenn du da einmal im Kopf, wenn du im Kopf einmal an diesem Punkt angekommen bist, wo du verstehst, du musst jetzt hier einfach was tun. Ja. Klar, du kannst dich auf der faulen Haut hängen. Im Endeffekt, wenn du dich aber gut anstellst, wenn du es gut machst, wenn du dich an das hältst, was du in der Ausbildung gelernt hast, dann ist das auch gar nicht so viel. Und du verdienst trotzdem einen Haufen Kohle. Geil. Ja, Stichwort Kohle. Du hast ja jetzt deinen ersten Closer-Job angefangen. Wann genau ist der erste Closer-Job gestartet? Ja, das war letzte Woche. Montag. Letzte Woche. Ah ja. Okay. Ja, dann. Ich weiß schon, was du für ein Ergebnis erzielt hast. Das ist nämlich ziemlich heftig für eine Woche. Ganz kurz. Wie bist du an den Closer-Job gekommen? Über einen Leon. Okay. Also quasi über unseren Closer-Vermittler hier intern. Genau. Genau. Über den Leon Püker. Da hatte ich ihn einfach. Ist ja ein super Kerl. Da kann man ihn einfach ohne Probleme mal anschreiben auch. Ja. Und hab den gefragt, was denn da aktuell so geht, was er da hat und wo er sagen würde, das wäre jetzt eine super Sache und dann haben wir kurz ein paar Sachen durchgesprochen und dann war das Ding schon durch. Perfekt. Dann hab ich dann direkt die Stelle schon gehabt. Sehr gut. In was für einem Bereich bist du jetzt tätig als Closer? Medienberater. Medienberater. Sehr spannend. Ja, jetzt eineinhalb, zwei Wochen sind rum. Jetzt Hand aufs Herz. Eier auf den Tisch. Wie viel Umsatz hast du geclosed jetzt in den eineinhalb, zwei Wochen? Na, da haben wir jetzt einen Umsatz von knapp 39.000 Euro. Wow. Also 39.000 Euro Umsatz in zwei Wochen geclosed. Provisionen, was du verdient hast, etc. Das behältst du jetzt mal für dich. Da kann sich jetzt jeder mal seinen Teil dazu denken. Alles müssen wir auch nicht erzählen. Aber fast 40.000 Euro auf zwei Wochen, das ist sehr, sehr ordentlich. Hattest du davor Erfahrungen im Closing? Nicht direkt. Da natürlich im vorherigen Leben vor dem Closing ich natürlich B2B-Erfahrungen hatte. Ja. Und somit natürlich ein bisschen was von Verkaufsgesprächen wusste. Ja. Aber die liefen ganz anders ab. Also bin ich da wirklich komplett nochmal auf was Neues eigentlich sogar reingegangen. Cool. Also ganz ehrlich, ich weiß, du hast das vorher noch ein bisschen runtergespielt, jetzt auch, weil es heute ein bisschen tricky war und so. Aber ganz ehrlich, du kannst dir richtig auf die Schulter klopfen. Fast 40 K in zwei Wochen für jemanden, der gerade mit so einem Closer-Job gestartet hat. Vor allem, du bist auch in keiner einfachen Branche, weil die sehr umkämpft ist. Finde ich richtig krass. Also riesen Respekt an der Stelle, Max. Ernsthaft. Ja, danke schön. Richtig cool. Was sind jetzt so deine nächsten Ziele in den kommenden Monaten im Thema Closing? Auf jeden Fall da erstmal beibleiben. Ja. Und natürlich den Schnitt halten. Das ist mir gerade am wichtigsten. Ja. Im Optimalfall da aber auch meine Fähigkeiten im Skript ablesen, während den Telefonaten und in der Einwandbehandlung auch noch steigern, um dann den ganzen Umsatz auch nochmal vielleicht dann sogar zu verdoppeln. Also bin ich mir sicher. Wir haben ja auch jemanden anders noch bei uns aus der Ausbildung, der bei dem Partner arbeitet. Und da war ja fast mehrfach fünfstellig Provision schon drin im Monat. Also da bin ich mir sicher, wirst du auch hinkommen mit noch ein bisschen mehr Übung. Aber wie gesagt, bist du auf einem bombastischen Weg. Richtig krass. Chapeau an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Ja, danke schön. Und jetzt so ein paar abschließende Worte, die du vielleicht noch verlieren möchtest. Dann alle, die jetzt gerade so auf der Kippe stehen, sich überlegen, Mensch, ist das Hochpreis-Closing wirklich was für mich oder und so weiter. Also was würdest du solchen Leuten mit auf den Weg geben gerne? Relativ einfach. Wenn du Ziele hast und Bock hast auf Arbeit und wirklich auch arbeiten kannst und nicht der faule Hund bist, dann mach es, weil es lohnt sich. Geil. Max, besten Dank. Hätte ich selber nicht besser sagen können. Viel Erfolg für die Zukunft. Und ich freue mich vielleicht in ein paar Monaten auf ein Update-Video, wenn du Lust und Zeit hast. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.